wir können fliegen von stuttgart aus nach berlin von berlin aus nach frankfurt so als guckt euch das mal wieder an was geht mit den schatten ab ich weiß was wir gegen die schatten machen pass auf wir machen einen kapitänsupgrade schon sind die schatten weg stuttgart delivery schönen guten abend lufthansa 3993 standing on position 43 information oscar request start up to berlin tegel echo delta delta tango gut leute das soll es heute abend gewesen sein stuttgart delivery schönen guten tag lufthansa vor november golf stand 16 bis information oscar request start up and clearance lufthansa vor november golf ist clear to destination tegel war ja dinkel spiel vor hotel departure flight plan route in 5000 feet squawk 2167 stuttgart grauen schönen guten tag lufthansa vor november golf stand 16 request start up and pushback lufthansa vor november golf start up is approved and pushback approved facing east lufthansa vor november golf line up and wait runway 07 vielen lieben dank so wir haben eine takeoff clearance die landing lights gehen an die stoves sind an das geht auf take off die uhr habe ich angemacht wir schieben 50 prozent n1 rein gehen aus der bremse raus sidestellen wieder etwas angedrückt dann geht's los da wird jetzt um und wieder etwas angedrückt dann geht's um das geht das wird dann aus den fall heute klar Ja, Departure recht überschaubar schwer, im Fachschalgon eine sogenannte Temptions-Departure. Lange gerade auf. Lange Radar, schönen guten Tag, Lufthansa VN Golf, Passing Flight Level 117, Climbing Flight Level 140. Lufthansa VN Golf, Lange Identified, Climbing Flight Level 270. Lufthansa VN Golf, Climbing Flight Level 270. Lufthansa VN Golf, 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 Lufthansa VN Golf. Was wir nicht vergessen sollten, ist natürlich die Kabine. Die Anschnallzeichen lassen wir an, bis Reiseproföl, so wie beim letzten Mal. Aber Kabine müssen wir nur anrufen. Ja, hallo, hier ist Sabine auf 1 links. Rudi hier vorne aus dem Cockpit. Ich wollte nur sagen, ihr könnt gerne anfangen mit dem Service, es soll ruhig bleiben. Wir sind auch pünktlich unterwegs, also jetzt noch um so 50 Minuten zu fliegen, damit ihr jetzt auch loslegen könnt. Könntest du mir mein Essen eventuell reinbringen? Das waren die Bratkartoffeln, die ich mitgebracht habe. Salz drauf machen, aber nicht zu viel. Pfeffer mag ich auch nicht so gerne, also ich muss jetzt nichts drauf machen. Würde ich ein Wasser nehmen, mit Kohlensäure. Super viel Kohlensäure drin, also könntest du es vielleicht so ein ganz kleines bisschen rausschütteln. Das wäre nett. Und dann würde ich super gerne zu dem Essen auch noch Cola Zero haben. Gerne auch mit Eis, aber nur einen Eiswürfel. Ein bisschen Zitrone rein, das wäre super. Jetzt gerade, wo wir inzwischen mal sprechen. Legst vielleicht einfach deine Nummer dazu, würde ich mich sehr überfreuen. Ja, Sabine, 58 ist ja kein Problem. Siehst ja noch gut aus dafür. Kannst du die Nummer von Thorsten haben? Der findet dich ganz süß. Thorsten hat mir seine Nummer doch schon heute vor dem Brief hingegeben. Du hast das auch ganz genau gesehen. Schon haben wir 15.000 bis 22.000 Höhe überbrückt. Fragen? Anstatt 2 hinaus. München, Räder, schönen guten Tag. Lufthansa Vornovember Golf, Passing Flight Level 237, Climbing Flight Level 270. Da ist Nürnberg, da ist Fluthafen Nürnberg. Hier links zu 002, Descent Flight Level 150. So, und dann können wir das so inserten. Dann bleibt diese Discontinuity da drin. Die ganze Route ist ein bisschen zusammengekürzt. Lufthansa Vornovember Golf, Turn Right Heading 080. Lufthansa Vornovember Golf, Right Turn Heading 080. Lufthansa Vornovember Golf, Descent Flight Level 140. Lufthansa Vornovember Golf, Descending Flight Level 140. Berlin Arrival, schönen guten Tag. Lufthansa Vornovember Golf, Passing Flight Level 156, Descending Flight Level 140, Information X-Ray. Identified, Information X-Ray korrekt, Descent Flight Level 80. Lufthansa Vornovember Golf, Descending Flight Level 80. Lufthansa Vornovember Golf, Left Heading 350, Speed 220, Nutz. Lufthansa Vornovember Golf, Left Turn Heading 350, Speed 220, Nutz. Dann machen wir ein Radial In, damit wir wieder eine Extended Center Line haben, weil wir jetzt auf Radarvectors unterwegs sind. Die da wäre 259. Lufthansa Vornovember Golf, Left Heading 350, Nutz. Lufthansa Vornovember Golf, Left Heading 350, Nutz. Oh, sorry, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich für mich behalten. Autotrust drauf. Lufthansa Vornovember Golf, Nutz. Lufthansa Vornovember Golf, Direktor, Schönen guten Abend, Identified. Lufthansa Vornovember Golf, Turn Left Heading 260, Descending Altitude 5000, QNH 1026. Lufthansa Vornovember Golf, Left Turn Heading 260, Descending Altitude 5000, QNH 1026. Lufthansa Vornovember Golf, Left Turn Heading 260, Descending Altitude 5000, QNH 1026. Lufthansa Vornovember Golf, Right Turn Heading 350, Descending Altitude 5000, QNH 1026. Lufthansa Vornovember Golf, Right Turn Heading 350, Descending Altitude 3000 feet. Lufthansa Vornovember Golf, Turn Right Heading 350, Clear Dallas, Zero Head Left. Lufthansa Vornovember Golf, Turn Right Heading 350, Clear Dallas, Zero Head Left. Lufthansa Vornovember Golf, Right Turn Heading 350, QNH 108 Left. Da kommt der Gleitslob. Lufthansa Vornovember Golf, Turn Left Heading 260. Lufthansa Vornovember Golf, Established ALS 08 Left. Lufthansa Vornovember Golf, Ticket Tower, Hallo, Windcheck 05, Red Heading 600, Number 2. 780, Portran, Weitz, Right Right. Lufthansa Vornovember, Right 980. Lufthansa Vornovember Golf, Runway 08 Left, Clear to Land. Lufthansa Vornovember Golf, Runway 08 Left, Clear to Land. Etwas hoch. Tickle Tower, hallo, Alpine 5602. So. Reverse 3. Und T-7. Lufthansa 4 November Golf. Cross runway 08R, Ground 121, 75. Lufthansa 4 November Golf. Lufthansa, welcome to Burland Tickle, Tickle to Gate 9R via Ceramide Papa Mike. Tickle Ground, Lufthansa 9A in KFV Climb 5000, Skwark 1000. Hension 1 off. Yo, sehr schön. Tickle Delivery, schönen guten Tag. Lufthansa 3 Mike Charlie, Gate 09 with Information X-Ray Request, Startup and Clearance to Frankfurt. Lufthansa 3 Mike Charlie, Tickle Delivery, good evening, Startup is approved, you are clear to Frankfurt, Firebrand, 3 Victor Departure. In a few climb, altitude 4000 feet, Flappland Route, Swark 10, 00. Lufthansa 3 Mike Charlie, runway 08R, cleared for takeoff. Lufthansa 3 Mike Charlie, runway 08R, cleared for takeoff. So, runway 08R steht drauf, die Packs sind aus. 50% N1, Stick wird angedrückt. Und dann geht das los. Lufthansa 5 November Echo, Tickle, Tau A, load, and I'm coming to the plane, gear up. Lufthansa 3 Mike Charlie, Brim Radar, wonderful, good evening, identified. Climb driver will 1-6-0, and turn right, setting 1-7-0 for shortcut. Lufthansa 3 Mike Charlie, when ready, descending flight level 1-1-0 to reach at Kerax. Lufthansa 3 Mike Charlie, contact lang, 120.8, bye-bye. Lufthansa 3 Mike Charlie, 120.8, vielen lieben Dank, ciao. Lufthansa 3 Mike Charlie, 120.8, vielen lieben Dank, ciao. Krass, Aldi, hold me send. Da ist die runway 1-8, da ist der Flughafen. Ah, trauenhaft. Jo, kann ja schon lange dauern, ne? Lufthansa 3 Mike Charlie, speed 200.0, not. Lufthansa 3 Mike Charlie, reducing speed 200.0, not. Flaps, one, flaps, two. Speed 200. Wie er wollte. Jetzt sind wir langsam, tief und laut. Lufthansa 235, speed 250.0, not. Speed 250, Lufthansa 235. Frankfurt Tower, schönen guten Tag, Lufthansa 3 Mike Charlie, Arnof Yankee, 07 right. Lufthansa 3 Mike Charlie, Frankfurt Tower, gute Wind, 040 degrees, 11 knots, runway 07 right, clear to land. Lufthansa 3 Mike Charlie, runway 07 right, clear to land. Autothrust off, den Autopilot off. Both flight directors off. Tschüss. Lufthansa 4 Mike Charlie, Vega Breed, Azure. Sino. Frankfurt Tower, schönen Uptas 5,37. E-Burst-BD-Sally. Sino. E-Burst-BD-Sally. Wungi, ruft-c isto. E-Burst-BD-Sally, Uptas 5! Das war's.